Riegelverkostung, Sport, was steht drauf? XXL, Tay, Lid, Nielik, Hüftgoldfaktor, 220 Kalorien, das Stück. Erster Eindruck, wenn der Boll Sonaro der Tropen-Trump oder der Zuckerhut-Hitler ist, was ist denn dann der Orban? Der Ballaton-Kinn, der Pushtapol-Pott, in Anbetracht der gelb-grün-blauen Gestaltung der Riegelhülle, des Hinweises auf körperliche Ertüchtigung im Riegelnamen und der randständigen Angabe XXL liegt jedenfalls die Assoziation zu Brasilien und von dessen derzeitigem Autokraten und die Überleitung zum frisch neu ermächtigten Gulasch-Diktator nicht fern. Das passt ja auch, ist Sport doch einerseits ein ungarischer Riegel und andererseits etwas, wozu Menschenfreund Orban die Leute nun einfach zwingen könnte zur Wehrkrafterhaltung und Kräftigung des Volkskörpers für die Jagd auf Flüchtlinge und EU-Prinzipien. Streift man die etwas altbackene, vielleicht wie ein vom kommunistischen Bruder- und Genossenstaat DDR ausgemusterter und hier zweitverwerteter 200%-Polyester-Dauerlaufanzug der 80er Jahre aus dem Textilkombinat Zwickau wirkende Hülle ab, kommt ein spackbrauner, gedrungener Schokobarren mit strukturloser Oberfläche zum Vorschein, auf der sich lediglich zwei Löcher befinden, Blaslöcher vermutlich oder Ani, aus denen der recht penetrante und leider marzipanige Geruch von Sport herausflatuliert. Mundhaptik So wenig wie mit der Machtergreifung des Marquis von O. hatte ich mit dem gerechnet, was in Sport so los ist. Denn genau wie ersterer ist letzterer innerlich komplett strukturlos und nur mit einer stumpfen, zähen, braunen Pampe gefüllt. Entsprechend kaut sich das Ganze auch eher unerfreulich. Man knackst das Schokokehäuse durch und dann verbremsen sich die Zähne recht schnell im undifferenzierten Braunschmalz, der sich rasch in einen unangenehmen Malmölm verwandelt, den man schnellstmöglich loswerden will, wofür sich natürlich Runterschlucken anbietet, was man aber eigentlich auch nicht will. Geschmack Fool me once, shame on you Ein zweites Mal verarscht Sport mich aber nicht, denn wer so komisch aussieht, riecht und sich kaut, kann nicht erwarten, dass man geschmackliche Wunderdinge erwartet. Ich habe also nichts erwartet und weiß Darwin, das habe ich bekommen, wenngleich ich mich noch immer frage, wie Sport es schafft, aus einem seinem nougatbraunen Faschokern heraus derart unverfroren nach Marzipan zu schmecken. Was soll ich sagen? Wie jeder Feingeist von Kultur, Fasson und Gusto verabscheue, auch ich, jene ungustiöseste aller möglichen Erscheinungsformen der Mandel und dass sich in den Marzipan-Urugu, dieser Ausgebucht von Naschware, noch eine Spur jenes schlechte Schokolade, schlecht nachempfindenden Geschmacks mischt, wie man ihn von diesen fahlbraunen Schokomünzen aus der Kindheit kennt, wo man immer erst von beiden Seiten diese goldfarbene Metallfolie abhiddeln musste, macht es umso viel besser, wie wenn der Zahnarzt bei einer unbetäubten Wurzelkanalbehandlung statt pur nur die toten Hosen laufen lassen würde, also minimal. Fazit, die Ungarn, so scheint es, machen nicht nur keinen Weg, sondern auch keine ordentlichen Schokoriegel. Vielleicht sollte der Ungarn wie der Brite tun, hunk sit anyone, Sport ist Mord.